Ich bin da, nichts, was ich dafür tun muss, denn ich bin da. Ich bin hier und jetzt und ich bemerke einfach nur, dass ich da bin. Der Atem kommt und geht, das Herz schlägt, ich bin, ich existiere, brauche keinen Anlauf, brauche nichts dafür tun, nur zu bemerken, zu realisieren, ich existiere, ich bin da. Und dazu brauche ich gar nichts ändern, denn ich bin ja, ich spüre nur einmal in mich hinein und nehme mich selbst wahr. Erkenne, wer ich wirklich bin, erlebe, wer ich wirklich bin, erlebe mein Einssein, meine wahre Größe. Meine Wirklichkeit. Ich existiere. Ich brauche es nicht benennen, brauche kein Bild, sondern bemerke und erfahre, ich existiere, ich bin. Mühelos, einfach so existiere ich und ich spüre, wie mein Körper erfüllt ist von mir, von mir als Präsenz. von mir als bewusstes Sein, wie ich das Lebendige bin in diesem Körper, in diesem Raum, in diesem Moment. Ich bin die lebendige Präsenz im Jetzt. Und ich erforsche, ob ich Grenzen wahrnehmen kann von mir, von mir, die ich bin. und ich bemerke, je weiter ich meine Aufmerksamkeit ausdehne, dass ich immer da bin. es gibt nichts außerhalb. Grenzenlosigkeit ist das Ich Bin. und ich erlebe, wie diese Präsenz meines wahren Seins sich in diesem Augenblick ausdrücken möchte, welchen Raum sie einnimmt, welche Form sie annimmt. und ich erlebe unmittelbar, wie mein wahres Sein geschieht. alles ist hier, alles ist jetzt. Das vollständige Potenzial aller Möglichkeiten. und ich spüre, wie ich in der Erfahrung, dass ich bin, dass ich existiere, die Lebendigkeit des Seins, meines Seins, spüre, wie ich so ganz wirklich bei mir, mit mir bin. Im Erfahren ich existiere. und dass eine enorme Kraft, eine Energiequelle, eine unendliche, unversiegbare Energiequelle präsent ist, an die ich nicht nur immer angeschlossen bin, sondern die Teil von mir ist. Wie ich an die Kraft, dass ich bin, in dem Moment angeschlossen bin und die Wirksamkeit spüre, wenn ich mich erinnere, dass ich bin. einfach so, ohne Anstrengung, mühelos, bin ich, existiere ich. Und ich genieße es, zu sein, genieße zu erfahren, ich bin. Leben geschieht, unendliche Energie, unendlicher Raum, in der Jetzt-Zeit, die ewig ist, bin ich. ich erlebe ganz bewusst, in diesem Augenblick jetzt ist alles möglich, aber nur eins stimmt. Und ich erkenne in dem unendlichen Meer der Möglichkeiten, das, was jetzt stimmt, wie die Präsenz meines Seins sich jetzt ausdrücken möchte. und ich spüre, wie ich in diesem Jetzt in Harmonie bin mit dem Sein, mit dem Ganzen, getragen vom Fluss des Lebens. und ich erlaube, dass ich als Sein, als Präsenz in Zeit und Raum mich wie ergieße, präsent bin in meinem Körper. Ich spüre meinen Körper von innen, erfülle ihn, jede Zelle und erlaube, dass jede Zelle schwingt in meinem So-Sein, in meinem Ich-Bin. Das Heilsein ist in Ordnung sein, wie sich alles an mir orientiert, meiner Existenz und wie ich über meinen Körper hinaus in den Raum und in die Zeit strahle und wirke, in mein Zuhause oder den Ort, an dem mein Körper jetzt ist. In alle Zeit, Vergangenheit und Zukunft und in das Jetzt. Und ich wirke als Existenz, als ich bin, so weit in den Raum, wie ich es wünsche. Den Ort, das Land, den Kontinent, die Welt, das Universum. ich teile mich mit, hier bin ich. Ich bin, ich existiere und bin mir darüber bewusst. Und nun gehe ich in der Präsenz meines wahren Seins in meinen Alltag. in mein Leben. Erlebe, wie ich ständig bewusst bin, der, der ich wirklich bin. Erlebe, wie das mein Leben verändert, verwandelt, ja verzaubert. und lasse die Präsenz meines wahren Seins mein Leben bestimmen. Denn ich bin immer da. Ich kann nicht nicht existieren. Ich bin die einzige Wirklichkeit, die immer ist. Ich kann mich nicht verlieren. Ich kann mich von mir nicht entfernen, denn egal, wo ich bin, bin ich. Und ich bin mir immer mehr bewusst, dass ich bin, dass ich immer bin, in jedem Moment, im ewigen Jetzt, in Zeit und Raum und wirke als Teil des Ganzen in das Ganze und in all das, wohin es mich ruft und von dem ich fühle, dass meine Präsenz dort jetzt in Wirksamkeit präsent sein möchte. und in Dankbarkeit, dass ich bin, spüre ich diesen Augenblick, spüre meinen Körper erfüllt von mir, spüre den Atem, der ganz von selbst kommt und geht. Nehme diesen Augenblick ganz bewusst wahr und erfülle ihn mit mir selbst. Bin selbst die Erfüllung indem ich erfüllt bin mit mir, dem ich bin. Meine einzige Wirklichkeit ist diese Präsenz meines wahren Seins und alles, was ich erlebe, ist ein Ausdruck meiner inneren Wirklichkeit und in diesem Bewusstsein gehe ich von nun an durch mein Leben erlebe, was geschieht, wenn ich wirklich ganz ich selbst bin. mein Leben dass es dann die Erfüllung wird, die Erfüllung war. Und was ich so ist, dass es wohnert, das Die Erfüllung wurde unabhängig, die Erfüllung versбиhtalane versuche die Erfüllung Vielen Dank.